Moin und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es ist wieder aus der Zentrale, wie ihr seht. Draußen ist es kalt, morgen geht es aber zu mangel. Im heutigen Video möchte ich euch, ich zeige euch das einfach mal ganz kurz, den Lourdrop von Hecht und Barsch mit euch öffnen. Es haben schon einige YouTube-Kollegen gemacht, aber ich möchte das auch euch nicht vorenthalten. Ja, ihr kennt das Prozedere, ihr zahlt einen gewissen Preis und habt einen größeren Warenwert. In dem Fall waren es 39,95 und der Preisvorteil sind 90 Euro. Ich kann das mal ganz kurz ablesen. Es sind Softbaits zwischen 10 und 19 Zentimeter dabei. Es sind Hardbaits dabei zwischen 5,9 und 11,8 Zentimeter, passendes Zubehör etc. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich habe die Box hier stehen. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Wir werden das zusammen machen und schauen einfach mal rein. Hier haben wir den obligatorischen Zettel. Ihr könnt gerne den QR-Code scannen. Dort gibt es immer heute mal ein Jackpot und hinten drin steht drauf, ich kann nochmal eben das umsendern. Hinten steht drauf, was uns erwartet. Das ist mal ein guter Zettel für mich. Fangen wir einfach mal an mit den ersten Köder und zwar den Slam von der Firma Hard. Ein schöner Stickbait, Hard Slam 11,8 Zentimeter, 18 Gramm und die Farbe ist ATC steht da drauf. Warte, ich kriege ihn nochmal ausgepackt. Der Mahat ist ja glaube ich jetzt auch beim YPC vertreten. Sehe ich das richtig? Ich habe noch nicht alle Folgen geguckt. So, da haben wir ihn. Ich denke mal, oh, spitze Haken. Ihr könnt es sehen, schillernde Farben. Wir gucken uns nochmal an, ob er UV-beständig ist. Ja, unten der Bau, ihr seht das. Der Slam 11,8 Zentimeter. Da unten steht das auch nochmal drauf. Er hat Rasseln, sehr lauter Köder, flachlaufend. Steht leider nicht drauf, wie tief er läuft. Aber ein sehr schöner Köder auf jegliche Räuber, denke ich mal. Aber eher so, ich würde ihn jetzt vielleicht einer Steinpackung auf Zander nutzen. Gut, machen wir mal weiter. Und zwar den Crazy Shed 59 SRMR Crystal Purge in 59 mm, beziehungsweise 5,9 Zentimeter. 5,8 Gramm. Leicht. Von ATEC. Auch ein wunderschöner Köder. Hinten nochmal alles beschrieben, beziehungsweise alles auf japanisch. Ich kann da leider nichts von lesen. Guckt euch das an. Ja, jetzt soll mir einer sagen, wie tief er läuft, wie schwer er ist, beziehungsweise wie schwer er ist, kann ich euch sagen. Aber, ach doch, da oben links, ich habe wieder Blödsinn gesagt, oben links in der Ecke steht 1,8 bis 2,2. Die Meta ist nicht UV-Aktiv. Schöner Köder kenne ich nicht, sagt mir nichts, teste ich einfach. Auch hier an der Seite, könnt ihr das nochmal, ich schreibe nochmal ihm um. Schau mal da. Ja, da steht zwar 5,8 oder 58, aber sei hingestellt. So, dann haben wir den Köfi Bleak Pintail. Ich habe gelernt, ich konnte den mir Blink nicht aussprechen. Olive Fire Lure Drop Exklusiv, habe ich beim letzten Mal auch vergessen. 15 Zentimeter mit der Hakengröße 4,0 zu fischen. Ja, als Dropshot Köder vielleicht ein bisschen groß, aber ja. Olive Fire, habe ich gesagt. Inhalt 3 Stück, könnt ihr selber sehen. Er ist UV-Aktiv an den Flossen. Kann man erkennen. Immer einen super Köder in der Box zu haben. Machen wir mal weiter mit dem Multi-Vibe 2.0. Mit der Hakengröße 5,0, 14 Gramm. Ihr kennt ihn. Ich habe ihn euch schon mal vorgestellt. Er hat zwei Blades drin. Die könnt ihr mit einem Schnellverfahren wechseln. Ich glaube, hier oben auch noch einen stehen irgendwo. Da hatte ich mal. Warte, ist jetzt weg. Aber absolut geiler Köder. Wirklich. Macht einen schönen Trailer dran. Da könnt ihr meinetwegen auch vielleicht den auch trailern. Und dann könnt ihr damit Barsche und Hechte fangen. Achso, UV-Aktiv sicherlich. Das Blatt sehr UV-Aktiv. Kann man jetzt schlecht erkennen. Wenn ich mal vielleicht das Licht ausmache. Kann man das erkennen? Ja. Doch. Gut. Okay. Machen wir mal weiter. Der nächste. Achso, ich kann ja sonst auch ablesen. Der Hard Slam hatte ich gesagt. Der A-Tag Crazy Shad. Den hatten wir. Den Kyfi Multi-Vibe hatten wir. Ist ein Hechtköder. Und machen wir mal weiter. Wir haben jetzt Lure Drop Exklusiv von Kanal Gratis. Flat Nose Mini Limited Edition. In der Farbe steht nirgendwo. Also Motor Oil. Dunkel, naturfarben. Inhalt sind fünf Stück. Schöner Gummiköder. Wie gesagt, Lure Drop Limited Edition. Was steht hier? Kanal Gratis. Flat Nose Mini. 9 cm. 7 Gramm. Steht hier nämlich auch nicht drauf. Dauerdruckschat. Edwin Johansen. Erster Barschköder. Hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. Und ist wohl sehr erfahren. Ich werde ihn hier auf jeden Fall gleich morgen mal ausprobieren. Gleich mache ich da auch ein kleines Video drauf. Und dann können wir mal drüber schnacken. Dann haben wir. Capsize HD Cast. Ein sinkenden 19 cm 80 Gramm. Von Biva. Siehe ich das richtig? Ja, Biva. 80 Gramm Hechtköder. Ordentlicher Schlappen. Hinten ist auch noch alles beschrieben. Er ist schon ready to rig. Oder er ist ready to rig. Unten hat er seine Haken mit Fransen dran. Mit Federn dran. Nochmal als zusätzlichen Reiz. Was steht hier sonst noch? Hier steht was mit Barsch. Aber die Flossen sind zwar nicht hundertprozentig Barsch getreu. Angesichts der Farbumgebung oder Farbgebung wurde dieser als absolut toller Hechtköder ausgezeichnet. Gut. Schön. Super. Dann haben wir noch in der Box, hier hängt noch ein Jickkopf dran, den Zanderläufer 10,5 cm, 0,5 Meter Lauftiefe. 11,8 Gramm in Acid Hering von der Firma ZEK. Auch ein super Köder im Pendant zu denen. Da habt ihr schon zwei super Zanderköder, wo ihr an der Steinpackung mit rumwobbeln könnt. Oder beziehungsweise rum experimentieren könnt. Und zwei verschiedene Lauftiefen. Was will man mehr? Dann haben wir natürlich noch hier die Jickköpfe. Passend wahrscheinlich zu den Gummifischen von Kanal Gratis. In der Größe 1,0 oder 10 Gramm. Entschuldigung. Wir haben einmal die Größe 2,0 in 7 Gramm. Einmal 4,0 in 10 Gramm. Und ein Dart-Jick in 1,0 mit 5 Gramm. Das ist dieser hier. Und zwei ganz normale Jickköpfe. Beziehungsweise zwei Dart-Jicks. Das ist der Dart-Jick. Entschuldigung. Mein Fehler. Das ist der Dart-Jick. Ein Jickkopf. Und ein für den Pintail. Vielleicht. Nein, da ist der Haken zu klein. Aber für die Gummifische. Dann haben wir noch was zu naschen dabei. Kleiner Lutscher. Und nochmal zwei, drei Karten. Einmal die exklusiven Deals. Die Hecht und Barsch hat. Könnt ihr auch auf der Seite angucken. Ein Lourdrop-Aufkleber. Und einmal von Leo Wernshofer. Den Lourdrop-Autogrammkarte aus Berlin. 87er Baujahr. Ein Deutscher. Hat am YPC 24. Nimmt er teil. Und ja. Sein Personal Best. Hecht 1,31. Zander 91. Und den Barsch auf 50. Sehr schön. Folgt ihn gerne mal auf Instagram. Da wird er sich freuen. So. Ich werde hier nochmal eben umschalten. Ich werde euch alles weitere unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wie gesagt. Preis 39,95. Ein Warenwert von 90 Euro. Tolle Hechtköder. Tolle Barschköder. Und natürlich auch den Hecht und Barschköder. Was will man mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abend. Morgen. Je nachdem wann ihr das Video seht. Denkt dran. Liken, teilen, abonnieren. Ich würde mich riesig freuen. Wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Euer Stefan. Euer Stefan.